Ja Leute, der Oktober ist vorbei, das war es schon wieder, Bullrun ist schön gewesen für die paar Tage. Wir gehen jetzt erstmal wieder vier Jahre in den Bärenmarkt über und dann sprechen wir uns 2028 wieder, ob wir über steigende Kurse sprechen können. Das ist so gerade die Stimmung in den Gruppen und auf Twitter und die Fragen, mit denen ich aktuell bombardiert werde. Dementsprechend, da wollen wir immer so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Es wird auch wahrscheinlich ein relativ kurzes Video, weil ich heute nicht ganz so viel Zeit habe. Ja, ist auch dementsprechend das einzige Thema, da wollen wir mal kurz auf Eingehen kurz in die Charts schauen und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Also rüber in den Splitscreen, das ist jetzt hier gerade der Bitcoin-Chart. Wir sehen, wir haben einen Absturz von 66.000, knapp auf 60.000 wieder runter per se. Ist doch auch schon wieder genau das eingetreten, was wir gesagt haben. Es ist absolut kein Problem, wenn der Bitcoin hier jetzt nochmal korrigiert und nochmal runterfällt, solange hier kein Lower Low gemacht worden ist. Wir haben immer noch die gebrochene bärische Struktur durch ein Higher Low und ein Higher High. Okay, ja, wir haben extra gesagt, der kann selbstverständlich hier nochmal runterkommen und dann diese Bewegung machen. Wir sind immer noch für den Abtober bullish orientiert und ob dazwischendurch nochmal ein Abverkauf kommt, auch wenn es ein stärkerer Abverkauf ist. Das ist halt wie es ist, aber wir sehen ja auch, für die News, die wir mit dem Nahostkonflikt, mit der Eskalation da bekommen haben, ist das doch gar nichts hier. Also deswegen ebenfalls das, was wir im gestrigen Video gesagt haben mit der Stütze, die uns BlackRock und die ganzen ETFs einfach geboten haben. Wenn diese News vor den ETFs gekommen wären, bevor institutionelle Anleger und so weiter da drin wären, dann hätte diese Kerze so ausgesehen. Hundertprozentig. Und das ist jetzt abgewehrt. Sprich, wir sehen diese extremen Abstürze in dem Sinne einfach nicht mehr. Es sei denn, das eskaliert jetzt natürlich komplett noch. Ja, wir waren noch nie so dicht dran am Dritten Weltkrieg wie jetzt gerade. Aber das ist natürlich das, was die Machttreiber da jetzt ein bisschen ausnutzen, weil Amerika hat aktuell keinen Präsidenten. Und dementsprechend, ja, die tun logischerweise, die haben nur noch anderthalb Monate Zeit, dass sie es eskalieren lassen können. Und tun logischerweise jetzt alles dafür, dass sie noch den Krieg so viel, wie sie können, provozieren können. Weil unter Trump würde das logischerweise nicht passieren. Ja, und dementsprechend geben sie jetzt nochmal alles. Das sind jetzt halt noch richtig harte anderthalb Monate, mit denen wir uns rumschlagen wollen. Ich gehe trotzdem aber davon aus, dass wir langfristig im Oktober steigende Kurse sehen werden. Ja, völlig egal, ob der Bitcoin, wie gesagt, erstmal diesen hier macht. Ja, ich gehe im Oktober trotzdem immer noch von dieser Bewegung aus. An der Prognose hat sich nichts geändert. Ja, das ist ja per se auch nach wie vor das Schöne an der Chartanalyse. Welches Ereignis? Ja, ist das eine geopolitische Eskalation? Ist das ein Trump, der eine Rede hält? Sind das ETF-Inflows? Ist das ein Michael Seegler und eine Katrin Holz, die dazukaufen? Welches Ereignis uns zu steigenden oder Fallengehürsen bringt, ist der Chartanalyse völlig egal. Ja, wir gehen nach wie vor von entweder so einer oder so einer oder so einer Bewegung aus und wollen langfristig hier wieder drüber schießen und das auch noch im Oktober. Dementsprechend, ich würde die Flinte noch nicht ins Korn werfen, dass wir hier keinen Oktober mehr sehen, dass wir keine steigenden Kurse sehen. Im Gegenteil, seid doch jetzt für den Anfang Oktober erstmal noch froh, dass wir vielleicht nochmal einen finalen Shakeout hier mitbekommen haben, damit wir den Bitcoin nochmal bei 60.000 oder knapp unter 60.000 kaufen wollen. Ich glaube nicht, dass jeder schon zufrieden ist mit seinem Portfolio oder vor allem mit seinen Bitcoin-Beständen. Also auch mein Sparplan ist ja jetzt in dem Fall bei dieser Summe ausgelöst worden, ist mir doch lieber, als wenn er hier oben oder bei 70k ausgelöst wird. Also, wer jetzt hier diesen hier bevorzugt, klar, steigende Kurse sind immer schön, das Portfolio ist schön grün, aber ich persönlich würde doch gerne nochmal zumindest ein paar Tage, ein paar Wochen hier nochmal ein vielleicht letztes Gehalt irgendwo in den Markt schießen, bevor dann dieser hier kommt, damit ich mehr abgesichert bin oder noch mehr investiert habe zugänglich zu ihren Preisen. Das ist natürlich meine Sache, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde das sehr begrüßen, wenn wir noch einmal einen finalen Shakeout bekommen. Und wie gesagt, ja, daraus sollte logischerweise kein Lower Low entstehen. Sollte das der Fall werden, das ist nochmal komplett eskaliert, dann müssen wir das nachher natürlich über den Haufen werfen, aber davon gehe ich erstmal nicht aus. Ich halte mich immer an das, was ich sehe. Und was ich aktuell sehe, ist nach wie vor ein Higher Low und ein Higher High. Ja, selbst wenn er diesen hier macht, bis 54, 55.000 runter, ist charttechnisch, strukturtechnisch immer noch alles vollkommen in Ordnung. Und selbst wenn er es in den nächsten ein, zwei Wochen macht, dann können wir immer noch vom Oktober sprechen, wenn wir am Ende des Oktober letztendlich hier oben stehen. Darum geht es. So, das soll es deswegen zum Bitcoin auch schon gewesen sein, zur Deeskalation. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt der Buran verschoben wird oder dass er komplett ausbleibt, dass wir wieder direkt vier Jahre Bärenmarkt kriegen, dass der Oktober per se ausbleibt. Meine Prognose bleibt nach wie vor die gleiche. Im Gegenteil, das beflügelt ja noch die ein oder andere Prognose, die wir hatten. Auf CKB haben wir hier gerade, den haben wir uns ja noch spekuliert. Den haben wir auch schon in der Gruppe, den Trade, dass wir hier nochmal runterkommen, und damit wir den nochmal abholen können und ebenfalls nach oben katapultieren, da ist dementsprechend hier in dem Bereich 0,013 noch eine Buy Limit Order offen. Da wollen wir den Markt gerne nochmal sehen. Fetch kann uns gegebenenfalls nochmal neue Einstiegspreise bescheren für ein zwischenzeitliches BC, dass wir auch hier nochmal auf 1,35 bis 1,25 runterkommen und dann die Kurve machen. einen Tau und einen Zui machen sowieso einen komplett eigenen Bullrun, ja, also die juckt das zum Beispiel gar nicht und da sehen wir auch einfach mal, dass das an den Märkten gerade gar nicht so katastrophal ist, wie jetzt alle gedacht haben. Zumindest stand jetzt, ja, wer weiß, wie das natürlich die nächsten Tage jetzt noch weitergeht, aber entsprechend, gar nix. Und, ja, das juckt hier irgendwo gar nicht und auch wenn wir uns mal die Indizes anschauen, ja, es gab einen Abverkauf, aber man muss auch überlegen, das sind jetzt ein paar kleine rote Kerzen, wenn wir uns mal die grünen Kerzen im Vergleich anschauen und wir stehen hier logischerweise nahe, dass All-Time heißt, dass per se sowieso Korrekturpotenzial da irgendwo da ist, bei DAX, NASDAQ, S&P 500 und so weiter, ist ja naheliegend, aber das ist auch nichts hier. Also, guckt mal, wie wenig Effekt das jetzt einfach noch gerade hat, obwohl das gerade völlig eskaliert ist und wir noch nie so dicht an World War 3 standen wie jetzt, ja, also von daher, für mich bedeutet das immer noch keine Panik auf der Titanic, trotzdem haben wir natürlich auch Positives in diesem Sinne, sprich Edelmetalle pumpen wieder, also so oder so, dass wenn das eine Portfolio jetzt ein bisschen leidet, für das andere ist das sehr, sehr positiv, das Gran Valora Portfolio glänzt im wahrsten Sinne des Wortes, das sieht auch weiterhin gut aus. Ja, dann einen haben wir noch in der Liste, wo wir einsteigen wollten, das ist nämlich VRA, der hier nochmal einen neuen Einstieg gegeben hat, diesen Bereich auch schon erreicht hat, den habe ich auch schon in die Telegram-Gruppe gepackt. Veracity hat die Bewegung vollständig korrigiert, ist nun in den Korrekturbereich gekommen und sollte hieraus auch ebenfalls wieder positiv rausreagieren. Dennoch, wie gesagt, aufgrund der Eskalation überhebelt euch hier nicht, seid vorsichtig mit Long Positionen auf jeden Fall mal das Risiko rausnehmen, sprich einen geringeren Hebel, beispielsweise anwenden, wenn ihr sonst mit einem 5er Hebel unterwegs seid, ist es halt ein 3er Hebel, so oder so erwarten wir nicht, dass hieraus ein Lower Low entsteht, sprich wir wollen auf jeden Fall hieraus irgendwo die Reaktion positiv sehen, egal wie das gerade aussieht. Ja, und wenn das auch nur kurzfristig ist, wie gesagt, wenn wir hier irgendwo landen, kann die Position auch schon dicht machen, das ist ein kurzfristiger Trade, den man da mal schließen kann. So, ja, damit sind wir auch schon alle Szenarien, die wir aktuell aktiv im Trading haben, durchgegangen. Sprich, entscheidend ist natürlich jetzt hier der Bitcoin, wie er sich die Woche verhält und das ist einfach ein Szenario, das müssen wir jetzt gerade mal beobachten. Also ich habe im Bitcoin keine Trades offen, weder Long noch Short. Müssen wir schauen, ob der tatsächlich dann nochmal eine ganze Ecke tiefer kommt oder ob es das mit dem Konflikt auch schon gewesen ist, das jetzt eher so in Richtung Deeskalation geht und dass das auch schon wieder vollständig gewesen ist und ja, ich habe jetzt bei diesem Preis Bitcoin nachgekauft durch den Sparplan, der ausgelöst worden ist und kommt dann noch tiefer, kaufe ich auch nochmal, kommt dann noch höher, werde ich auch irgendwann wieder kaufen. Ja, das macht in dem Sinne für mich keinen Unterschied, das soll es auch mit dem heutigen Video schon gewesen sein, kleine Entwarnung eher gesagt und dann sehen wir uns morgen letztendlich im nächsten Video, da gehen wir nochmal ein paar Altcoin News und so weiter durch und haben vielleicht auch schon neueres oder mehr Chartbewegung oder einige andere Infos und dann würde ich mir mal sagen, lasst da gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.